Also die Kamera läuft, halt einfach drauf, so dass man alle zieht, ja. So, hallo und herzlich willkommen zur Eintracht Spandau Sonderpressekonferenz mit mir, Maxmehr-Paul-Keynes-Knave, Präsi im Amt. Ich rede doch gar nicht vom heißen Brei herum, fragen bitte danach. Mit sofortiger Wirkung wird Eintracht Spandau, Abteilung Fußball, gegründet. Ja, ganz richtig gehört. Eintracht Spandau wird in einen Atemzug genannt werden, mit den ganz Großen des Fußballs. Bayern, Barcelona, hier Mainland, Milan, Menjou, Arsenal, Spandau. Um genau zu sein, werden wir in der Ballerliga Vollgas geben. Applaus! Nicht nur, der wackelt auf das Bild, Hans. Also, mit dabei sind der Mats, Poldi, der Kruse, die ganzen Chaoten, alle Pipapo. Und Klausi? Hans, 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 Hans. Ja, klar, Kama, Nossi. Hier, 2007, Champions League, HC Milan. Kama, Nossi, Mittelfeld. Ja, ja, ja. Nee, also, das ist, du weißt schon, ja. Ja, ist ja auch scheißegal. Also, das Beste, die Saison geht direkt los. Und wir werden als erstes unser eigenes Team draften, wie damals auf dem Pausenhof. Nur diesmal bin ich nicht der Letzte, der gewählt wird. Diesmal wähle ich selber. Ich. Also, Eintracht Spandau, Ballerliga, mega geil. Ab jetzt, Fragen. Oh, ja, Sie da hinten, äh, dritte Reihe von links, Achter von vorne. Nein, Hans, du musst auf mir bleiben. Ja, komm, ich seh. So, Ihre Frage, Guido. Äh, ja, äh. Auf dem Zeichen, auf dem Zeichen. Ah, ah ja. Herr Präsident Knabe, wer wird denn die Mannschaft trainieren? Ausgezeichnet. Hans. Ausgezeichnete Fragen. Jawohl. Diesmal habe ich mich selber darum gekümmert, dass wir einen sportlichen Leiter der Spitzenklasse erhalten. Äh. Gib doch Guido jetzt die Kamera. Hans. So. Darf ich vorstellen. 190 Bundesligaspiele. Sechsmal Champions League. Und einen goldenen Pokal. So ein Ossi. Hans Sabrei. Die Legende der Legenden. Unser neuer sportlicher Leiter. Danke, danke. So. Ähm. Hans. Ich hab ja selber recherchiert. Ich bin selber verpflichtet. Und ich hab hier mich, äh, belesen. Hier. Die Leute, was du alles drauf hast. Der kann Zwiebeln schneiden und die Zwiebeln weinen. Wie machst du das? Das, 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 das stimmt nicht. Hand, äh, hier. Liegestütze. Ohne Hände macht der Mann. Aber das ist alles nur ein Witz, ne? Der kann sogar seinen eigenen Elfmeter halten, wenn er geht. Also. Das ist nicht schlecht. Und, äh, mit dem Mann lassen wir ja nichts mehr anbringen. Äh, so. Ballerliga. Genau. Und, äh, die... Ich laufe wieder. Hans, komm. Hans, lass es gut sein. Läuft. Pass auf mit den Grabscheinen. Also, mit dem Mann werden wir die Ballerliga dominieren. BL heißt Ballerliga? Nicht Bundesliga? Ja. Ja, klar. Also, äh, Bundesliga. Kann. Äh, die schaffen sich doch gerade selber ab. Hans. Die hier wegen dem Glatzkopf in Hannover, äh, holen wir euch jetzt Investoren rein. Der Laden ist am Arsch. Aber mir wurde gesagt, Eintracht, BL. Aber eigentlich, ja, wir sind ja nicht in Frankfurt. So. Das Ganze wird gestreamt. Äh, hier schön mit dem Streamer. Immer live. Ja. Streamen kann ich. Kennste. 45 Euro und der Sohn, oder? Ja, Arschlecken. 45 Euro. Hier, wir streamen auf twitch.tv. Wie Twitch? Alles. Ja, for free. So. Und, äh, ach ja. Keine sechs Abos? Nein, brauchst du nicht. Und der, der, äh, kommentiert. Kommentieren? Ja. Ich mach nur Physio. Nee, komm mal her. Komm, kannst du auch nicht mitbringen. Komm mal, komm mal her. So. Äh, hier. Setz dich. So. Männer. Auf uns, äh, die Ballerleger und Eintracht Spandau. Zum Wohlen. Juhu. Präsident Knau ist zurück. Ja, Mann. Läuft. Ja, ja. Ja, ja. Wuhu, wuhu. Das war Wallerlieb. Das ist ja englisch, ne? Weil, äh, ja, 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 ja. Äh, äh, ja, 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 also. Äh, auf ein schönes Jahr. Und ich bin wieder da. Richtig, Kido. Ja. Party. Party time. Nochmal von vorn. Präsident Knau ist weg. Yeah. Kannst du wieder mir geben? Ja, okay. Wie geht das jetzt aus? Borland-League. Nicht Bundesliga, wirklich Borland-League. Nein, das hast du falsch verstanden. Äh, das ist hier in der Halle. Wie 2000er. Schön, wo die alle über die Weihnachtspause hier ihre Jungs hingeschickt haben. Mit der Iltern und so. In der Halle. Zack, zack. Ne? So. Gido, geht es auf. So. Ja. Ja.